Um 4 Uhr und 45 Minuten meiner üblichen Wegzeit war ich bereits wach, ein in letzter Zeit immer wiederkehrendes Muster. Die Ruhe war mir seit Monaten nicht leicht gefallen. Das Schlafzimmerfenster umrahmte die Dunkelheit, ein regelmäßiger Anblick beim Aufwachen, Sonnenlicht schien eine ferne Erinnerung zu sein. Die Arbeit begann jeden Tag pünktlich um 6 Uhr, egal ob Regen oder Sonnenschein. Der Silbersträuf am Horizont, ich machte um 4 Uhr Feierabend und verpasste so keinen Moment der Aktivitäten meiner Mädchen. Um den Morgen ruhig zu verbringen, entschied ich mich für die Dusche im Flurbad, um den Schlaf meiner Frau nicht zu stören. Sie rührte sich bis zum letztmöglichen Moment kaum, denn sie musste um 6 Uhr aus der Tür sein. Um 5 Uhr folgten meine Töchter und teilten sich die gleiche, perfekt geteamte Badroutine. Nach dem Duschen begegnete ich Maria, meiner ersten Tochter, im Flur. Ein Kuss auf ihre halbverschlafene Wange begleitete sie auf dem Weg ins Bad. Ein Blick in Taras Zimmer brachte ein Stöhnen als Antwort auf meine morgendliche Begrüßung hervor. Fünf Minuten später begann ich, angezogen und vorbereitet, mit dem täglichen Ritual der Frühstückszubereitung. Es war zu einer unveränderlichen Routine geworden. Der Kaffee brühte, das Rührei brutzelte in der Pfanne, der Toast kmusperte und der Joghurt wartete auf die Mädchen. Mit ihren 15 und 16 Jahren waren sie in der Lage, das selbst zu erledigen. Dennoch war mein Engagement auf diese kleine Geste geschrumpft. Die Tage, an denen ich ihr Held war, waren der Verlegenheit gewichen, einen Vater wie mich zu haben. Nach dem Frühstück vergewisserte ich mich ein letztes Mal, dass Tara wach war. Ich drückte Erin einen Kuss auf die Stirn, obwohl sie nur so tat, als ob sie schläft, und verließ die Garage, bedrückt von der Distanz, die zwischen mir und meiner Familie gewachsen war. Die schmerzhafteste Erkenntnis? Ich hatte sie nicht provoziert. Sie waren einfach nur verächtlich geworden und schämten sich für meinen Beruf. Ich war Sanitärarbeiter. Als ich den Job nach der Highschool bekam, war ich begeistert gewesen. Er wurde besser bezahlt als das, was viele meiner Freunde mit College-Abschluss verdienten. Anfangs sah ich es als vorübergehenden Job an, bis ich etwas im Handwerk fand. Aber als ich entdeckte, dass es sich um einen gewerkschaftlich organisierten Job mit ähnlichen Leistungen wie im Handel handelte, blieb ich dabei. Ich wusste, dass ein fehlender Abschluss bedeutete, dass ein Aufstieg in einem Unternehmen unerreichbar war, und seltsamerweise fand ich das in Ordnung. Nach 25 Berufsjahren hatte ich eine solide Rente, ein anständiges Gehalt, hervorragende Sozialleistungen und nur noch 5 Jahre Zeit, um mit 50 in den Ruhestand zu gehen. Dann würde sich alles ändern, ich würde meine volle Rente beanspruchen und die Freiheit haben, alles zu tun, was ich wollte. Als ich Erin kennenlernte, schlug sie sich gerade als Kellnerin durchs College. Wir verliebten uns, heirateten, und das Leben war in den nächsten 16 Jahren eine Mischung aus Freude und Herausforderungen. Doch dann geschah das Undenkbare, meine Familie begann sich zurückzuziehen. Ich erinnere mich liebhaft an diesen Moment. Bei Taras Softballspiel erkundigte sich ein anderer Vater nach meinem Beruf. Als ich ihm sagte, dass ich bei der Müllabfuhr arbeite, verzerrte sich sein Gesichtsausdruck, bevor er in Gelächter ausbrach und annahm, es sei ein Scherz. Meine Frau und meine Tochter bekamen Wind von seiner Reaktion, und das war der Beginn meines Abstiegs. Zum ersten Mal schämten sie sich für mich. Es ist ja nicht so, dass ich nach Abfall stinkend zurückkam. Ich fuhr den LKW und brauchte kaum noch auszusteigen. In den Wohndebieten, die ich bediente, übernahm der mechanische Arm die Arbeit. Es war Jahre her, dass ich mich um den schwierigen Teil gekümmert hatte. Sicher, es gab harte Zeiten, aber es war schon lange nicht mehr so düster. Ich duschte sogar jeden Tag auf dem Hof, bevor ich nach Hause ging. Meine Familie hat sich nie beschwert. Sie haben meine Arbeit nie vor unseren Freunden verheimlicht. Es war einfach nur Arbeit, nicht anders, als wenn ich ein Zimmermann oder ein Polizist wäre. Von diesem Moment an änderte sich alles. Kurze Zeit später wurde meine Frau in der Bank, in der sie arbeitete, in die Führungsebene befördert. Die damit verbundene Gehaltserhöhung vergrößerte nur die Kluft zwischen unseren Einkommen. Mich störte das nicht, ich war stolz auf ihren Erfolg, aber ich nehme an, es störte sie. Sie begann, sich schicker zu kleiden und mit Schmuck zu potzen. Es machte mir nichts aus, mit 42 sah sie immer noch umwerfend aus, und ich genoss es, sie so gekleidet zu sehen. Diese Röcke betonten ihre langen Beine, und die Absätze, nun ja, sie wirkten wunderbar bei ihr. Sie begann auch, unsere Töchter mit mehr Geschenken zu überhäufen. Das war vielleicht der letzte Strohhalm nach diesem Vorfall. Ihre Einstellung mir gegenüber änderte sich völlig, sie bieteten ihre Mutter praktisch an und gingen über sich hinaus. Ich hoffte, dass es nur eine Phase war, aber die Hoffnung schwand schnell. Früher drehte sich bei meinen Mädchen alles um ihren Vater. Ich trainierte ihre Mannschaften, spielte mit Puppen, veranstaltete die Partys und ließ mehr von ihnen sogar die Nägel lackieren und die Haare stylen, wenn wir beim Friseur waren. Das alles war mir nie peinlich, auch nicht, als Erin die Bilder ins Internet stellte. Ich dachte mir, das machen Väter eben für ihre kleinen Mädchen. Als ich zu meiner üblichen Zeit von der Arbeit nach Hause kam, war das Haus ruhig. Meine Frau würde erst in einer Stunde zurückkommen, und die Mädchen würden je nach ihren Plänen nach der Schule zwischen einer und drei Stunden später eintrudeln. Ich ging in die Küche, um mit dem Abendessen zu beginnen, und entdeckte einen Zettel auf dem Tisch. Bin spät dran. Abendessen mit meinem Team. Ich seufzte und wünschte, meine Frau hätte es an diesem Morgen erwähnt. Vielleicht hätte ich nach der Arbeit noch ein Bier mit den Jungs trinken können. Als ich mich dem Kühlschrank zuwandte, fand ich einen Zettel von Tara. Ich übernachte bei Jenny. Noch ein Freitag allein, murmelte ich zu Fido, meiner Katze. Sicher, es war ein dummer Name, aber er brachte meine Mädchen zum Lachen, als wir ihn bekamen. Ich würde alles tun, um ihr Kichern wieder zu hören. Mir fiel ein, dass ich mich nicht an den letzten Freitag erinnern konnte, an dem er in Zuhause gewesen war. Es gab immer etwas, Teamessen, Mädelsabend, Manager-Treffen in Bars, immer irgendeine Ausrede. Der Gedanke an eine Affäre kam mir in den Sinn. Sie kam um 10 Uhr herein, scheinbar nüchtern. Ich hingegen war es nicht. Ich hatte den Abend damit verbracht, meine Sorgen in Jack Daniels zu ertränken. Hey, leite ich. Schön, dass du da bist. Bist du betrunken, Bill, fragte sie. Wahrscheinlich. Ich hatte nicht viel anderes, um mich nüchtern zu halten. Hast du schon gegessen? Ich nickte und kippte den letzten Whisky hinunter. Du bist unglaublich. Ich schenkte ein weiteres Glas ein und hielt es ihr spöttisch hin. Ich erfülle nur die Erwartungen. Sie schüttelte den Kopf. Schlaf auf der Couch. Ich will nicht, dass du dich heute Nacht an mir auslässt. Ja, Liebes. Am nächsten Morgen durchdrangen Stimmen meinen schläfrigen Zustand. Das einfallende Sonnenlicht schockierte mich, denn das leere Glas klebte noch immer an meiner Hand, die auf meinem Oberschenkel ruhte, und ich musste eingeschlafen sein. Das Bewusstsein kehrte langsam zurück, als die Stimmen deutlicher wurden. Auch wenn du dich mit einem anderen triffst, ist er immer noch unser Vater, jammerte Taras Stimme. Ihre Vermutung, dass ich zu weit weg war, um sie zu hören, heilte in der Küche wieder. Ich betrüge ihn nicht. So weit sind Jason und ich noch nicht, sagte Erin. Noch nicht, seufzte Maria. Mädchen, wir sind über euren Vater hinausgewachsen. Wir brauchen mehr als einen Müllmann, beteuerte Erin. Jason kann uns ein komfortables Leben bieten und uns aus diesem Streichhölzschachtelhaus herausholen. Das ist nicht richtig, wandte Maria ein. Dad mag uns blamieren, aber er ist kein schlechter Vater. Er war auch ein anständiger Ehemann, mischte sich Tara ein, was mir kurzzeitig meinen Stolz nahm. Du bist nicht in der Lage zu reden, erwiderte Erin. Du hast ihm nicht einmal vom Tennis erzählt. Er wird wütend sein, wenn er erfährt, dass du dich zu sehr schämst, ihn zu deinen Spielen mitzunehmen. Tara lachte. Komm schon, Maria. Du hast es doch selbst gesagt, du hoffst, dass er nie etwas über Tennis oder deinen Freund Mike erfährt. Du musst mich meinen Plan ausführen lassen, drängte Erin. Wenn Jason und ich zusammen sind, wird es uns besser gehen. Du willst doch gute Colleges und große Hochzeiten, oder? Ja? Ich konnte nicht glauben, was ich da hörte. Meine Töchter versteckten ihr Leben vor mir, und meine Frau plante, mich zu verlassen. Ich schloss die Augen und tat so, als ob ich schliefe, weil ich nicht noch mehr Schmerz ertragen konnte. Mach dich fertig, wir fahren in zehn Minuten los, befall Erin. Es fühlte sich an wie die längste Wartezeit. Als sich das Garagentor schloss, schaute ich aus dem Fenster und beobachtete, wie sie wegfuhren. Es war der traurigste Moment. Meine Mädchen schämten sich für mich. Ehrenspläne, weiterzuziehen, stachen, aber der Verrat meiner Töchter zerriss mich. Ich duschte und überlegte, ob ich gehen sollte, entschied mich dann aber für eine Mahlzeit. Trotz meines Katers wusste ich, dass ich etwas essen musste. Ich überlegte, ob ich fliehen sollte, aber der Gedanke, das Geld für ein Motel auszubieben, schreckte mich ab. Ich könnte auf der Couch pennen und mich genauso verloren fühlen. Ich schlenderte in das örtliche Familienrestaurant und setzte mich an die Bar. Obwohl ich Stammgast war, überraschte mich der Anblick einer auffälligen Rothaarigen hinter dem Tresen. Was kann ich Ihnen bringen, rief sie. Einen schwarzen Kaffee, bitte. Wie immer Kekse mit Bratensauce und Spiegeleiern und dazu Speck, antwortete ich und stellte meine Tasse hin. Klingt lecker. Das werde ich mir merken. Es ist meine erste Woche, sagte sie mit einem Augenzwinkern und stellte sich als Melody vor. Ich bin Bill. Sie schlenderte davon und ich konnte nicht umhin, ihre Figur in den schwarzen Leggings zu bewundern. Die traditionellen Kellnerinnenröcke hatte man hier abgeschafft. Während meines Essens servierte Melody mehr als nur das Essen, ein Hauch von Flirt, von dem ich wusste, dass er wahrscheinlich nur für ein besseres Trinkgeld gedacht war. Da ich ein verheirateter Mann bin, blieb ich freundlich, aber distanziert. Als ich meine Rechnung begleichen wollte, fiel mir ein kleines Mädchen auf, das hinter der Kasse mit Mahlen beschäftigt war. Sie saß in der Kabine, in der normalerweise der Besitzer saß, und lieferte sich mit ihm einen spielerischen Krieg mit Buntstiften. Hast du noch mehr Familienzuwachs, Al? Ich stichelte. Er gluckste, das ist Melodies Kind. Ihr Babysitter ist heute krank. Du scheinst es im Griff zu haben, bemerkte ich. Du kennst mich, Bill. Zwei aufs College geschickt, zwei durch das Fenster verloren, scherzte er und zitierte eine alte Filmzeile. Wir lachten gemeinsam, ich bezahlte meine Rechnung, und als ich das Restaurant verließ, fühlte ich mich seltsamerweise leichter. Ein bisschen Geplänkel von Melody hatte meine Laune mehr gehoben, als ich erwartet hatte. Um mich von den familiären Sorgen und den Gedanken an Melodies Hintern abzulenken, beschloss ich, nach Hause zu fahren und die Gartenarbeit in Angriff zu nehmen. Ich war mit dem Mähen des Gartens halb fertig, als ich meine Frau nach mir rufen sah. Ich ignorierte sie und tat so, als würde ich sie nicht hören oder sehen. Die Sonnenbrille und das laute Geräusch des Rasenmeers halfen dabei. Nach ein paar Minuten gab sie schließlich auf. Ich war nicht darauf vorbereitet, mich mit ihr auseinanderzusetzen. Ich hatte immer noch keine Ahnung, was ich tun sollte. Ich wollte am liebsten abhauen und unser ganzes Geld mitnehmen, aber wir hatten nicht genug Geld, um bis zur Rente davon leben zu können. Ich musste mir nur überlegen, wie ich ihr bei der Scheidung den größten Schaden zufügen konnte. Wenn sie aussteigen wollte, konnte sie das tun. Ich hoffte, dass ich das Haus bekommen würde und sie zu ihrem Liebhaber ziehen könnte. So wie es sich anhörte, würde sie die Mädchen mitnehmen. Als ich fertig war, spritzte ich mit dem Gartenschlauch das Gras von meinem Rasenmäher und stellte die Säcke mit dem Grasschnitt neben die Garage. Ich hieß mir so viel Zeit wie möglich mit dem Trimmen und Umranden, und als ich fertig war, gefiel mir das Aussehen von allem. Ich entschied mich dagegen, den Trimmer für Ehrensblumen zu benutzen. Ich dachte mir, dass ich sie später einfach wieder einpflanzen müsste. Tara hüpfte aus dem Haus und fragte, Dede, kannst du uns ins Kino fahren? Wir wollen uns mit ein paar Freunden Barbie ansehen. Ich fragte mich, ob es sich bei einem dieser Freunde um den Freund handelte, den Maria vor mir versteckte. Nein, bellte ich. Ich bin beschäftigt. Dede, stürmte sie. Mama geht zu einem Theaterstück und kann uns nicht fahren. Ich drehte mich zu ihr um, mit wem geht sie denn zum Theater? Tara sah erschrocken aus und stotterte, ich weiß es nicht. Da musst du sie fragen. Ich schärfte wieder die Klinge meines Rasenmähers und sagte, wie auch immer. Dede, was ist mit dem Film, bettelte sie. Fahrt mit euren Fahrrädern oder lasst euch von jemand anderem mitnehmen. Ich bin beschäftigt. Sie stand ein paar Augenblicke lang da, während ich ihre Anwesenheit weiterhin ignorierte. Ich bin mir sicher, dass ihr Gesicht einen schockierten Ausdruck trug. Ich habe nicht immer ja zu ihr gesagt, aber so hatte ich noch nie Nein zu ihr gesagt. Die Dinge würden sich von diesem Moment an ändern und sie würde sich daran gewöhnen müssen. Jeder für sich, dachte ich mir. Ich hörte die Seitentür der Garage zuschlagen und schüttelte den Kopf. Die große Tür war offen und sie hätte einfach wieder hinausgehen können, aber sie konnte diese Tür nicht zuschlagen. 20 Minuten später stürmte meine Frau in die Garage, in einem kleinen schwarzen Kleid. Ich war gerade dabei, einen Ölwechsel an ihrem Auto vorzunehmen und sie war außer sich vor Wut. Was zum Teufel machst du mit meinem Auto? Ich muss zu dem Stück, schrie sie. Welches Stück? Du hast nie ein Stück erwähnt. Ich habe gerade einen Ölwechsel gemacht, antwortete ich. Um Himmels Willen. Ich habe versucht, deine Aufmerksamkeit zu bekommen, während du den Rasen gemäht hast. Cheryl, meine Kollegin, hat Karten für Wicket und ihr Mann ist krank. Ich werde sie begleiten. Ich bin in etwa einer Stunde fertig, flunkerte ich. Eine Stunde? Die Jungs bei Jiffy Lube schaffen das in 20 Minuten. Klar, aber das hier ist nicht Jiffy Lube, oder? Bei mir dauert es etwas länger, erwiderte ich. Sie warf einen Blick auf den Motor mit dem hervorstehenden Trichter und dem beiseite gelegten Luftfilter, bevor sie wieder ins Haus stürmte. Es bestand keine Chance, dass sie meinen Wagen nehmen würde. Er war nicht in schlechtem Zustand oder so, sie weigerte sich einfach, ihn zu betreten. Ihr schicker Mercedes war das Fahrzeug ihrer Wahl. Ich fragte mich, ob sie mit ihrem Freund zu dem Theaterstück fahren würde. Es wäre interessant zu sehen, wer sie abholte. Zehn Minuten später stieß ich einen Seufzer aus, als ein Uber vorfuhr, um sie abzuholen. Wenige Augenblicke später stand ich in der Einfahrt, als ein Auto voller Kinder vorfuhr, und meine Mädchen stiegen ein, ohne sich zu verabschieden. Ich verbrachte den Abend damit, mich in das Scheidungsrecht zu vertiefen und zu lernen, dass die Dinge für mich vielleicht gar nicht so schlimm sind. Der Höhepunkt? Da er denn mehr als das Doppelte meines Einkommens verdiente, würde ich weniger Unterhalt für die Kinder zahlen, und sie würde mir Unterhalt schulden. Und das Beste daran? Während die Unterhaltszahlungen für das Kind in ein paar Jahren enden würden, würden die Alimente weiterlaufen, wie aus dem Online-Rechner des Staates hervorgeht, den ich benutzt habe. Am nächsten Morgen hielt ich mich an meine Routine und duschte, obwohl ich keine besonderen Pläne für den Tag hatte. Ich entschied mich für ein Frühstück im Diener und einen Besuch des Sox-Spiels. Es tat weh, zu wissen, dass wir als Familie hingegangen wären, wenn sie uns nicht betrogen hätten. Die Mädchen liebten die Sox und besuchten ihre Spiele. Ich saß an der Bar des Restaurants und begrüßte Melodies fröhliches Gesicht, das mit einer Kanne Kaffee aus der Küche kam. Hallo, Billy. Was ist denn heute los, erkundigte sie sich lächelnd. Scheidung, antwortete ich scherzhaft, während sie mir den Kaffee einschenkte. Ist das dein Ernst? Ich nickte. Tut mir leid, das zu hören, Bill. Eine Scheidung ist hart, glaub mir. Ich zuckte mit den Schultern und nahm einen Schluck des brühenden Gebräus. Was dagegen, wenn ich frage, was passiert ist? Meine Frau und meine Töchter haben beschlossen, dass ich nicht mehr das bin, was sie wollen. Ich bin ein Müllmann und ich bin ihnen peinlich, wie sie selbst sagen. Es hat sich herausgestellt, dass meine Frau nach einem Ersatz für mich Ausschau hält, ohne es mir zu sagen. Es tut mir leid, Bill. Entschuldige mich, während ich die Tassen nachfülle. Als ich sie weggehen sah, konnte ich nicht umhin, wieder ihre perfekte Haltung zu bemerken. Ich bin Lucy, zwitscherte eine Stimme, die von dem kleinen Mädchen kam, das ich am Tag zuvor gesehen hatte. Sie strahlte, als sie auf den benachbarten Barhocker kletterte. Mama sagt, ich darf nicht mit Fremden reden, also musst du mir deinen Namen sagen. Dann bist du kein Fremder mehr. Ich kicherte und antwortete, wenn ich meinen Namen kenne, bin ich nicht weniger fremd, Prinzessin, aber ich werde dir nicht wehtun. Ich bin Bill. Sie umklammerte ihr Wasserglas mit beiden Händen und setzte den Strohhalm an die Lippen. Das Glas sah in ihren kleinen Händen riesig aus und erinnerte mich an meine eigenen Töchter. Ich wollte Schokomilch, aber Mama sagt, die ist nicht gut für mich. Mama hat recht. Melody kam mit meinem Frühstück und ermahnte Lucy sanft. Lucy, bitte belästige die Kunden nicht. Ich will keinen Ärger. Sie macht keinen Ärger, versicherte ich mit einem Lächeln. Es ist schön, etwas fröhliche Gesellschaft zu haben. Möchtest du ein Stück Speck, Lucy, bot ich ihr an. Sie strahlte und nickte eifrig. Ich schob ihr den Teller hin und sie schnappte sich ein Stück, als wäre es das letzte auf Erden. Ich kicherte, als sie sich das ganze Stück in den Mund schob. Ganz ruhig, Kleines. Das geht nirgendwo hin. Sie kicherte und hüpfte vom Hocker, um sich anderweitig umzusehen. Was hast du auf dem Herzen, Bill, erkundigte sich Melody, während ich die unbändige Energie ihrer Tochter beobachtete. Ich denke nur über meine Mädchen nach. Ich kann mir nicht vorstellen, wie sie mir das antun konnten. Ich schilderte die Einzelheiten, wie es meinen Mädchen peinlich war, mich bei ihren Spielen dabei zu haben, wie Maria nicht wollte, dass ich ihren Freund kennenlerne und wie meine Frau meinen Ersatz heranzog. Ich fühlte mich total verarscht. Melody berührte meine Schulter und fragte, geht es dir gut? Ja, mir geht es gut. Ich zweifle nur noch an der ganzen Scheidungssache. Vielleicht ändert sie ihre Meinung und verlässt mich nicht? Hört sich an, als wäre sie es nicht wert, dass man sie zurückholt. Ich war überrascht von der Schärfe in ihrer Stimme. Wahrscheinlich nicht, aber ich habe keine besseren Möglichkeiten. Keine Frauen, die mir die Tür einrennen. Sie lachte. Bill, du wirst eine Zeit lang nicht mehr ausgehen. Du kannst nicht einfach von einer Frau zur nächsten springen. So funktioniert das im richtigen Leben nicht. Ich wusste, dass sie recht hatte. Es war töricht von mir, mir sofort nach dem Ende der Beziehung Gedanken über einen Ersatz für Ehren zu machen. Sie drehte mein Gesicht zu dem Ihren. Hören Sie, Sie scheinen ein guter Kerl zu sein. Verdammt, meine Tochter hat mit Ihnen gesprochen. Sie hat drei Tage gebraucht, um mit meinem Chef zu reden. Sie muss ihre positiven Seiten sehen. Ich gluckste. Du merkst es wahrscheinlich nicht, weil du dieser Frau so zugetan bist, aber es gibt Frauen, die dich gerade abchecken. Du bist ein hübscher Kerl und in guter Form. Wenn du dich etwas weniger wie ein alter Bauer anziehen würdest, wärst du ein toller Fang. Alter Bauer? Ich jammerte. Sie lachte wieder, ein Geräusch, das ich langsam zu schätzen lernte. Yep. John DeRuth. Weißes T-Shirt mit einer Tasche. Alte Jeans. Verdammt, du hast sogar ein rotes Taschentuch, das aus deiner Gesäßtasche ragt. Daraufhin hob ich die Augenbrauen. Was? Zwitscherte sie. Glaubst du, du bist der Einzige, der den Leuten auf den Hintern guckt? Komm schon, ISS auf. Sie ging weg, um sich um ihre Tische zu kümmern und verschonte zumindest meine grasbefleckten, Stereotypen, erinnerungswürdigen Date-Turnschuhe. Ihr wisst schon, die New Balance-Sonderangebote. Nach ein paar Minuten wurde mein Kaffee nachgefüllt. Es dauerte keine zwei Bissen von meinem Frühstück, bis Lucy sich wieder auf den Stuhl neben mir setzte. Mama hat gesagt, ich soll dich in Ruhe lassen. Du willst doch nicht, dass ich dich in Ruhe lasse, oder? Ich lachte und reichte ihr ein weiteres Stück Speck. Nein, Prinzessin. Du kannst mit mir reden. Warum ist du alleine? Hast du keine kleinen Kinder? fragte sie. Ich zwang mich zu einem Lächeln und antwortete, früher hatte ich welche, aber sie sind jetzt älter. Mit ihrem Vateressen zu gehen, wäre einfach langweilig für sie. Gibst du ihnen keinen Speck? Ich kicherte und antwortete, doch, natürlich. Aber sie sind mit mir aufgewachsen. Heutzutage stehen sie mehr auf Joghurt. Sie rümpfte die Nase und rief, igitt, eklig. Seufzend aß ich den letzten Biskuit und die Soße auf und sagte, also, Prinzessin, wir sehen uns später. Du gießt schon? Melody tauchte hinter uns auf. Ja, wir gehen zum Ballspiel und dann noch kurz zum Baumarkt, antwortete ich. Klingt nach Spaß. Ich war noch nie bei einem Spiel, bemerkte sie. Oh ja, heute ist Kindertag. Als meine Mädchen klein waren, sind wir immer hingegangen. Sie waren immer so aufgeregt, wenn sie die Basis abliefen, dass es schwer war, sie vom Spielfeld zu bekommen. Cool, sagte sie. Habt einen. Ich konnte es kaum glauben, aber die Worte purzelten mir aus dem Mund. Willst du mitkommen? Ich war überrascht, ich hatte nicht einmal darüber nachgedacht, bevor ich fragte. Nein, das können wir nicht tun. Es ist. Komm schon, Mama, bitte? Ich will auf dem Feld laufen, mischte sich Lucy ein. Weißt du, wie man die Basis abläuft, erkundigte ich mich. Sie nickte enthusiastisch. Ja, ich habe letztes Jahr Abschlag gespielt. Ich war bei den Biers. Ich warf Melody einen lächelnden Blick zu. Na, Mon? Was sagst du dazu? Das Spiel ist um eins. Wir haben noch viel Zeit. Sie zögerte, biss sich auf die Lippe, sagte aber schließlich, okay. Ich bin hier um elf fertig, wenn die Essensfrau kommt. Bist du sicher, dass es kein Problem ist? Auf jeden Fall. Lucy begann aufgeregt zu klatschen. Ich hole dich dann um elf ab. Als ich die Rechnung bezahlte und mich von Alfa abschiedete, konnte ich mir das Grenzen nicht verkneifen. Aber was um alles in der Welt tat ich da? Als ich die Garage betrat, stellte ich meine Home Depot-Taschen auf der Werkbank ab. Ehrens Auto war nicht da, aber ich wischte es ab. Ich zog mein altes Paul-Conerco-Trikot an und suchte meine vertraute, abgenutzte Socksmütze, dasselbe Outfit, das ich zu jedem Spiel mit den Mädchen trug. Daddy, gehen wir zu dem Spiel, fragte Maria. Nö, ich gehe zum Spiel. Was meinst du? Du gehst ohne uns, protestierte sie. Stimmt. Ich setzte meinen Hut auf und ließ sie im Flur stehen, verblüfft über die plötzliche Veränderung. Als ich rückwärts aus der Einfahrt fuhr, sah ich Ehren vorfahren. Sie ruckte und winkte, aber ich fuhr vorbei und ignorierte sie. Augenblicke später klingelte mein Telefon. Ja, antwortete ich auf dem Lautsprecher. Was ist denn in letzter Zeit in dich gefahren, grummelte Ehren. Ich bin mir nicht sicher, was du meinst. Warum nimmst du uns nicht mit zu dem Spiel? Ich gluckste. Ich dachte mir, ich sollte mich daran gewöhnen, etwas ohne dich und die Mädchen zu unternehmen. Es herrschte ein langes Schweigen, bevor ich den Anruf beendete. Ich hatte mich entschieden, sie zu ignorieren, wenn sie anrief und ignorierte ihre Nachrichten, meistens nur, ruf mich an, oder, du bist ein Arsch. Es war ironisch, ja, ich war ein Arsch, aber sie war es, die mich verließ. Emotional hatte ich mich von ihr gelöst, weil ich wusste, dass unsere Beziehung zu Ende war. Ich konnte nicht mit jemandem wie ihr zusammenbleiben. Der anhaltende Gedanke, dass sie immer nach einer Verbesserung strebte, nackte an mir. Um elf Uhr betrat ich das Restaurant und fand Lucy an der Theke, wo sie einen Korb Pommesfritt mit Ketchup verputzte. Sieht aus, als würde jemand Ketchup mögen, scherzte ich, als ich mich neben sie setzte. Sie grinste, ihre Lippen waren mit der roten Würze verschmiert. Hi, Bill, rief Melody aus dem Waschraum und kam herüber. Wir sind fertig. Ich wollte nur, dass sie eine Kleinigkeit hat, damit sie im Park nicht zu viel will. Ich weiß, wie teuer die Sachen werden können. Ja, die Preise im Park steigen ständig. Tod und Steuern sind die einzigen Gewissheiten im Leben. Sie ist jung genug, um umsonst reinzukommen, und unsere Karten kosten nur 10 Dollar, also nicht so schlimm am Familientag. Familientag, erkundigte sich Melody. Ich dachte, du sagtest Kindertag. Ja, sie haben den Namen geändert. Als meine Mädchen noch jünger waren, hieß es immer Kindertag. Ich weiß, was du denkst, ich versuche nicht, zu. Sie unterbrach mich. Mach dir keine Gedanken darüber. Ich weiß, dass es kein Lied ist. Du bist immer noch verheiratet und versuchst, ein bisschen Glück zu finden. Es macht mir nichts aus, dass wir die Nutznießer davon sind. Sie wischte Lucy den Mund ab und lächelte mich an. Sollen wir losfahren? Auf der Fahrt zum Stadion erfuhr ich mehr über ihr Lieben. Sie war mit einem Gewohnheitstrinker verheiratet gewesen, der keinen Job behalten konnte, und weil sie seine Lügen satt hatte, verließ sie ihn. Er sah Lucy kaum noch, weil er den Unterhalt für das Kind nicht bezahlte. Das kleine Mädchen tat mir leid, kein Kind sollte seinen Vater vermissen. Als sie in die Gegend zog, um bei ihren Eltern zu leben und ihr Leben neu aufzubauen, war Kellnern ihr erster Job, aber sie versuchte, eine Arbeit zu finden, die ihrer früheren Tätigkeit als Verwaltungsassistentin näher kam. Leider war das Glück nicht auf ihrer Seite. Mit 31 Jahren war sie jünger als ich, aber sie hatte eine Reife, die nur Mutterschaft, Scheidung und harte Zeiten hervorbringen konnten. Das Spiel verlief ohne große Aufregung. Die kleine Lucy vertilgte auf beeindruckende Weise zwei Hot Dogs und eine Cola, ihre erste Limonade überhaupt, ihrer Reaktion nach zu urteilen. Im siebten Inning standen wir Schlange, bis Lucy an der Reihe war, die Basis zu laufen. Die Schlange war lang, aber sie würde ihre Chance bekommen. Das Maskottchen der Mannschaft unterhielt die Kinder, sehr zur Erleichterung der Eltern. Überraschenderweise entdeckte ich Jack Dorsey, den Leiter der Little League aus unserer Heimatstadt, mit seinen Kindern. Wir luden sie ein, sich zu uns in die Schlange zu setzen, und ich stellte sie vor. Jack, das sind meine Freundin Melody und ihre Tochter Lucy. Nur um das klarzustellen, ich verlasse Erin nicht, wir gehen nur zusammen zu einem Ballspiel. Da meine Töchter jetzt erwachsen sind, komme ich nicht mehr so oft zu den Spielen. Jack gluckste. Das kann ich gut verstehen. Zum Glück habe ich noch ein kleines Kind. Das wird das letzte Jahr von Junior in dieser Liga sein, er wird bald 14. Sieht so aus, als müsste ich auch jemanden finden, dem ich ein Kind ausleihen kann. Wir lachten gemeinsam. Bill, hör zu. Wenn du etwas suchst, um dich mit Kindern zu beschäftigen, brauchen wir für diese Saison einen T-Ball-Trainer. Art Dele hat sich zur Ruhe gesetzt und ist nach Florida gezogen. Oh nein, das war Lukis Trainer, rief Melody aus. Wirklich? Wenigstens kennst du schon eines der Kinder aus dem Team, Bill. Überleg es dir und sag mir Bescheid. Die Anmeldung beginnt im Februar, du hast also noch etwas Zeit, falls ich niemanden finde. Ich grinste und sagte, weißt du was? Ich bin dabei. Warum nicht? Die Aussicht auf ein Coaching brachte einen Schimmer von Glück, etwas, das ich dringend brauchte. Ausgezeichnet, erwiderte Jack. Du kennst den Ablauf aus deiner letzten Trainertätigkeit. Es hat sich nichts geändert. Ich schicke dir das Paket und wir machen die Stadt klar. Das Spiel war zu Ende und es war Zeit für die Kinder, die Basis abzulaufen. Lukis Aufregung war mit Händen zu greifen. Melody schien sich köstlich zu amüsieren und die Freude ihrer Tochter und den allgemeinen Nervenkitzel eines Baseballspiels aufzusaugen. Auch wenn unsere Mannschaft nicht triumphierte, hatten wir einige vielversprechende junge Spieler und das gefiel mir. Als wir den Parkplatz verließen, war Lucy eingenickt. Melody blieb die meiste Zeit der Heimfahrt über ruhig und nickte schließlich selbst ein. Da ich vor dem Restaurant geparkt hatte und die Adresse nicht kannte, kehrte ich dorthin zurück, um zu meinem Wagen zu wechseln. Als ich Melodies Auto abstellte, wachte sie auf, tat aber so, als hätte sie nicht geschlafen. Nochmals danke, Bill. Wir hatten einen Riesenspaß. Danke, dass du mitgekommen bist. Ich hatte auch eine tolle Zeit. Und hey, ich habe dadurch einen Job als Trainer bekommen, ich bin ziemlich aufgeregt darüber. Ich hoffe, das bringt dich nicht in Schwierigkeiten, meinte sie. Eine alleinerziehende Mutter zu einem Spiel mitzunehmen, war vielleicht nicht die beste Idee. Ich schmunzelte. Ehrlich gesagt, ist mir das völlig egal. Ich wollte sowieso hingehen, und dass du dabei bist, macht es noch besser. Sie lächelte. In Ordnung, Bill. Nochmals danke. Ich half ihr, die schlafende Lucy in den Autositz zu liegen, und winkte ihr zu, als sie losfuhren. Seufzend machte ich mich auf den Heimweg. Ich wusste nicht, was mich erwartete, aber die bröckende Ehe musste irgendwann ihr Ende finden. Wenn ich sie und die Mädchen an diesem Abend zur Rede stellen musste, würde das Ergebnis nicht anders ausfallen als später. Ein Aufschub würde die Dinge nur noch verschlimmern. Als ich das Haus betrat, wurde ich von einer Karkophonie von Rufen empfangen. Die Stimmen vermischten sich zu einem ununterscheidbaren Aufruhr aus Schreien, Gebrüll und Gezitter. Ich ließ sie ausreden, während ich mir ein Bier holte und mich an den Küchentisch setzte. Schließlich ging ihnen die Luft aus, und ich hatte endlich die Gelegenheit zu sprechen. Ich werde alle eure Fragen beantworten, wenn ihr mir zuerst eine beantwortet. Sie stimmten alle zu. Warum sollte mich das interessieren? Aaron schnauzte, was meinst du damit, warum dich das interessieren sollte? Du bist mein Ehemann und der Vater dieser Mädchen. Deshalb sollte es dich interessieren. Ich schüttelte den Kopf. Nein, das ist nicht die richtige Antwort. Ich werde warten, bis du es herausgefunden hast. Aaron forderte, ich weiß nicht, was in dich gefahren ist, aber ich verlange eine Antwort. Warum benimmst du dich so? Ihr wisst ganz genau, warum ich mich so verhalte, sagte ich ruhig, trotz des Aufruhrs in mir. Ihr alle wisst, warum, aber ihr haltet diese Fassade aufrecht. Das endet heute Abend. Ich bin fertig, ich bin fertig mit euch, und obwohl ich euch Mädchen immer lieben werde, werde ich euch irgendwann hinter mir lassen. Tara fing an zu weinen. Mom, schau, was du getan hast. Du hast alles kaputt gemacht. Sie stürzte aus dem Zimmer, wahrscheinlich in Richtung ihres Schlafzimmers. Maria stand fassungslos da, während ihr ins Gesichtsausdruck säuerlich wurde. Ich stand auf und trank mein Bier mit einem einzigen Schluck aus. Maria fragte, Papa, verlässt du uns? Ich gluckste. Nein, Maria. Sie zuckte zusammen, als ich ihren Namen anstelle eines Kosenamens verwendete. Nein, ich gehe nicht weg. Ihr Mädchen und eure Mutter werden mich verlassen. Wenn sie ein Upgrade will, kann sie es nicht in dieser winzigen Streichholzschachtel machen. Erin wurde blass, als ich ihre eigenen Worte an sie zurückgab. Schnell hatte sie sich wieder gefangen und griff wieder an. Wir gehen nirgendwo hin, Bill. Ich tausche nicht, und wir gehen nicht weg. Ich grinste, was, Jason ist noch nicht so weit. Maria drehte sich um und ging hinaus. Ich hoffte, dass Erin darauf vorbereitet war, mit diesem Fallout umzugehen. Ich war überrascht, dass die Mädchen nicht sofort auf den Zug aufsprangen, als ihnen die Realität der Situation bewusst wurde. Ein kleiner Hoffnungsschimmer flackerte auf, dass sie vielleicht zu mir zurückkehren und das Streben ihrer Mutter nach mehr materiellen Dingen aufgeben würden. Erin warf mir einen intensiven Blick zu. Immer noch hier? Dachtest du, ich wüsste nichts von Jason und deinem Plan, aufzurüsten, hm? Raus hier, verdammt. Dein Anblick macht mich krank. Sie ging ohne ein Wort, und ich sah zu, wie sie ohne eine Reaktion wegfuhr. Ich konzentrierte mich darauf, die Schlösser auszutauschen, und so vergingen anderthalb Stunden, in denen ich das Haus sicherte. Die Zeit des Abendessens rückte näher, was mich dazu veranlasste, nach den Mädchen zu sehen. Als ich sie in Taras Zimmer fand, brach ihre emotionale Umarmung bei meinem Anblick meine Entschlossenheit. Der D. rief Tara und umarmte mich fest, bald darauf kam Maria hinzu. Der D., es tut uns leid. Wir lieben dich, bitte lass uns nicht weggehen. Ihre Tränen bohrten sich in mein Herz, während sie sich an mich klammerten. Mädchen, das ist eure Entscheidung. Ihr seid diejenigen, die sich für mich schämen und einen anderen wollen. Nein, Der D., protestierte Maria durch ihre Tränen hindurch. Wir wollen keinen anderen. Vielleicht nicht, aber ihr verbergt Dinge vor mir. Freunde, Tennis, du verheimlichst mich vor deinen Freunden. Freunde, die ich trainiert, herumgefahren, beschützt habe. Jetzt schämst du dich für mich. Sie weinten weiter, aber ich konnte nicht noch mehr Schmerz ertragen. Als ich mich zum Gehen wandte, hielt mich Maria fest und fliehte mich an zu bleiben. Was willst du von mir, Maria? Was soll ich denn sagen? Du brichst mir das Herz, wenn du diese Spielchen spielst. Ich stieß sie weg, zog mich in mein Zimmer zurück und schloss die Tür ab. Ich kämpfte mit meinen Gefühlen, hin- und hergerissen zwischen Vergebung und dem Schmerz, den sie verursacht hatten. Schließlich stürmten sie in mein Zimmer, und wir umarmten uns, wobei ihre Tränen meine Schultern durchnästen. Sie waren meine Welt, aber Vergebung würde nicht leicht fallen. Ahrens Plan mit Jason geriet im Stocken, als er keine Lust hatte, zwei Teenager-Mädchen in seiner Junggesellenbude unterzubringen. Überraschenderweise verlief der Scheidungsprozess reibungslos. Man einigte sich auf das gemeinsame Sorgerecht, und da die Mädchen bei mir bleiben wollten, während Ahren zu Jason zog, wurde das Sorgerecht ohne Streit geregelt. Die Unterhaltszahlungen und der Kindesunterhalt zogen einen Teil von Ahrens Gehaltserhöhung aufgrund ihrer Beförderung ab, aber für mich war es das Wichtigste, meine Mädchen zu haben. Die Mädchen schlugen nicht auf ihre Mutter ein, wie ich gehofft hatte. Ahren überhäufte sie weiterhin mit Geschenken und kaufte sogar ein gemeinsames Auto für die beiden. Nach der Gerichtsverhandlung hatte ich kaum noch Kontakt zu ihr, sodass ich ihre Gefühle nicht einschätzen konnte. Solange die Alimente und der Kindesunterhalt gezahlt wurden, war das genug. Es dauerte Monate, bis die Mädchen und ich unsere Beziehung wieder in Ordnung gebracht hatten. Sie behaupteten, ihre Mutter habe ihre Verliegenheit mir gegenüber beeinflusst, was ich nicht ganz akzeptieren konnte. Doch als sie mich wieder mit ihren Freunden bekannt machten und mir die Sportpläne übergaben, beschloss ich, die Vergangenheit verblassen zu lassen. Die Dinge schienen sich zu normalisieren, aber ich blieb wachsam, was ihren Umgang mit mir betraf. Eine Überraschung für die Mädchen war das Sparkonto, das ich für sie eingerichtet hatte. Aaron hatte sie über die Ausgaben für das College getäuscht und den Eindruck erweckt, dass sie einen Kredit brauchen würden. Ich enthüllte die Wahrheit, ein Maklerkonto, das ich seit ihrer Geburt eingerichtet hatte, würde den größten Teil ihrer Ausbildung abdecken. Aaron hatte es bei der Scheidung nicht angefochten. Am Tag nach dem endgültigen Scheidungsurteil ging ich in das Restaurant, um Melody zu sehen. Wir hatten wöchentlich gemeinsam gefrühstückt, waren aber nicht ausgegangen. Nein. Das wollte ich ändern. Hallo, begrüßte sie mich, als ich mich an der Theke niederließ. Hey. Es ist offiziell, die Scheidung ist durch. Sie zog eine Augenbraue hoch und schenkte Kaffee ein. Ich dachte, jetzt, wo ich Sinne bin, darf ich dich vielleicht ausführen. Ihr Lächeln wurde breiter. Wie ein Diet. Nicht, wie ein Diet. Ein richtiges, stellte ich klar. Ah, du zögerst noch mit der Lückenbüßersache, was, stichelte sie. Vielleicht sollte ich dir Zeit geben, um. Hör auf damit. Es ist Freitagabend. Niemand sonst hat eine Chance, unterbrach sie mich. Ich sah sie erwartungsvoll an. Habe ich etwas im Gesicht? Nee, aber ich schicke dir meine Adresse. Ich habe deine Nummer schon seit drei Tagen, okay? Und jetzt lass mich dein Frühstück holen, sagte sie mit einem verspielten Zwinkern und verschwand. Meine Töchter waren nicht begeistert, dass ich mich mit einer alleinerziehenden Mutter mit einem kleinen Mädchen traf. Wenn Eifersucht sichtbar wäre, hätten sie eine grüne Spur hinterlassen. Am Samstag nach meinem ersten Offiziellen deb mit Mellede lud ich sie und Lucy zum Mittagessen ein. Als ich meinen Mädchen davon erzählte, hatten sie andere Pläne. Daddy, wir hatten am Samstag eine Doppelverabredung zum Essen und ins Kino, beschwerte sich Tara. Ich beruhigte sie, das ist schon in Ordnung. Ihr könnt trotzdem ins Kino und zum Abendessen gehen. Kommt einfach mit mir zum Mittagessen, trefft Mellede und Lucy und geht dann los. Tara stapfte davon und Maria küsste mich auf die Wange, wir werden hier sein, Dad. Ich wollte nur sicher gehen, dass du uns nicht ablöst. Sie schlenderte davon, als hätte sie eine Bedrohung, die sie von mir vermuteten, triumphierend abgewehrt. Ihr Verhalten beunruhigte mich, aber ich versuchte, es abzuschütteln. Ich stand früh auf, bereitete meine Grillmischung vor und bereitete die Rippchen und Hähnchenschönkel zu. Während die Rippchen langsam garten, bereitete ich meine Barbecue-Soße vor. Ich war kein Grillmeister, aber jetzt, da ich Single war, beschloss ich, den Smoker zu kaufen, gegen den Ehren immer ein Veto eingelegt hatte. Mir wurde klar, dass es eine Menge Dinge gab, die ich mir wegen ihr verweigert hatte. Als ich den Kartoffelsalat vorbereitete, klingelte es an der Tür. Ich versuchte, vor meinen Töchtern zu öffnen, aber sie kamen mir zuvor. Melody war noch nicht eingetreten, als meine Töchter sie schon mit Fragen löcherten. Wo wohnst du? Wo arbeitest du? Wie alt bist du? Bist du geschieden? Sie ließen sie nicht zu Wort kommen. Meldes Maria und Tara, tretet bitte zurück, mischte ich mich ein. Tut mir leid wegen ihnen, Melody. Ich schaute meine Töchter an, verwirrt über ihr Verhalten. Ist schon gut, Bill, antwortete sie sanft. Sie sind auf ihre Art beschützerisch. Ihr Lächeln war rasiermasserscharf. Wie auch immer, fuhr ich fort. Das sind Tara und Maria. Mädchen, das sind Melody und Lucy. Lucy versteckte sich hinter ihrer Mutter. Ich hatte das aufgeschlossene kleine Mädchen erwartet, aber sie wirkte zurückhaltend. Ich griff nach Lukis Hand und führte sie aus dem Schutz ihrer Mutter heraus. Sie blickte zu meinen finsteren Töchtern auf und zog sich an meine Seite zurück. Ihre Minen veränderten sich, als sie meine Enttäuschung sahen. Melody, schlug ich vor, warum gießt du nicht mit Lucy in die Küche? Ich bin gerade mit dem Kartoffelsalat fertig. Vielleicht möchte sie beim Umrühren helfen? Meine Töchter schauten finster drein. Die Erinnerungen daran, wie sie als kleine Mädchen in der Küche umberührt hatten, kamen wieder hoch und machten mir die Tragweite ihres Handelns klar. Ich würde es nicht dulden, dass sie Melody den Spaß verderben, und sie fürchteten, ich könnte mich nach anderen Möglichkeiten der Gesellschaft umsehen. Warte, warf Tara ein. Es tut mir leid, dass ich unhöflich war. Ich schätze, wir kommen mit der Scheidung und deinem Auszug nicht so leicht klar. Ich spottete. Es schien dir nichts auszumachen, als du wusstest, dass deine Mutter einen Tauschhandel anstrebte und es vor mir geheim hielst. Tara schüttelte den Kopf und stürmte die Treppe hinauf in ihr Zimmer. Maria seufzte. Komm schon, Dad. Wir haben uns doch schon hundertmal dafür entschuldigt. Nun, es ist ziemlich schrecklich, dass du mit den Handlungen deiner Mutter einverstanden warst, als sie versuchte, mich zu ersetzen, aber wenn sie sich von mir scheiden lässt und ich jemanden mitbringe, den ich mag, behandelst du sie schlecht. Du kommst nicht damit klar, dass ich weiterziehe, aber du kommst damit klar, dass deine Mutter aufsteigt? Weißt du, was ich meine? Das war ein Fehler. Ruf deine Freunde an, damit sie dich abholen. Ich will nicht, dass du unser Mittagessen rodinierst. Melody keuchte und Maria eilte in ihr Zimmer. Ich schüttelte den Kopf und ließ mich in den Sessel neben mir fallen. Ich konnte nicht glauben, dass ich die Beziehung zu meinen Mädchen kaputt gemacht hatte. Vielleicht sollten wir gehen, Bill. Ich blickte auf Runza Melodies Besorgnis. Lucy umarmte mich von meinem Schoß aus. Aber wir hatten doch noch gar keine Rippchen, Mama. Ich lächelte über Lukis Unschuld. Sie hat recht, Melody. Wir haben noch nicht gegessen, und egal, was mit meinen Töchtern passiert ist, wir können immer noch unser Mittagessen genießen. Lass uns den Kartoffelsalat aufessen. Eine Welle der Traurigkeit überschwemmte mich. Ich verstand nicht, warum meine Töchter sich so verhielten, aber vor allem verstand ich nicht, warum ich so reagiert hatte. Mir wurde klar, dass sich die aufgestaute Wut und Frustration über ihr Schweigen über den Freund ihrer Mutter nicht ganz verflüchtigt hatte und außer Kontrolle geraten war. Ich nahm an, dass meine Töchter gegangen waren, da ich den Rest des Nachmittags keinen Mucks mehr von ihnen gehört hatte. Lucy schien ihren Anteil an den Rippchen zu verschlingen. Sie war wie ein Fass ohne Boden und verschlang scheinbar alles, was sie sah. Besonders gut hat ihr die extra Tasse Barbecue-Sauce geschmeckt, die ich ihr gegeben habe. Ich hatte für sie eine mildere Version gemacht, da ich meine Lieber scharf mag. Zu unserer Überraschung schluckte sie die ganze Tasse Soße herunter, was uns zum Lachen brachte. Melody legte sich für ein Nickerchen auf mein Bett und kam zu mir in die Küche, um einen Arnold Palmer zu trinken. Ich möchte mich nicht einmischen und unseren Nachmittag nicht verderben, Bill, aber was ist mit deinen Töchtern passiert? Ich dachte, es hätte sich zwischen euch gebessert. Ich zuckte mit den Schultern. Ich weiß es nicht genau. Ich glaube, ich habe vielleicht überreagiert. Ich wollte, dass ihr euch kennenlernt und zumindest miteinander auskommt, und als sie anfingen, dich mit Fragen zu bombardieren, bevor sie dich überhaupt begrüßt hatten, hat das einen Nerv getroffen. Das hätte ich nicht von ihnen erwartet. Es ist eine schwierige Situation. Es ist nie leicht, den neuen Partner der Eltern kennenzulernen. Ja, das kann ich verstehen. Es brachte nur eine Flut von Erinnerungen zurück. Die Respektlosigkeit, mich auszuschließen, Dinge zu verheimlichen. Das hat mich schwer getroffen, und ich habe es schlecht verarbeitet. Ich bin sicher, dass es ihnen gut geht, sagte sie und versuchte, mein Bedauern zu lindern. Ich hörte, wie sich die Haustür öffnete und schloss. Ich drehte mich um und sah die Mädchen auf ihre Zimmer gehen. Ich werde mich entschuldigen und sie umarmen. Entschuldigen Sie mich, bat ich. Aber natürlich. Ich werde nach Lucy sehen. Ich küßte sie auf die Wange und machte mich auf den Weg nach oben, um das Chaos zu beseitigen, zu dem ich beigetragen hatte. Als ich Marias Zimmer erreichte, packte sie gerade eine Tasche. Was ist los, Mäuschen? Sie sah mich mit einem Blick an, den ich nie wieder sehen wollte. Wir fahren mit Mama. Maria, hör zu, es tut mir leid. Ich habe mich aufgeregt, als du Melody das Leben schwer gemacht hast, aber ich wollte nicht. Genug, Papa. Du hattest recht. Du hattest immer recht. Wir sind bei dir geblieben, weil Mums Neumann sich nicht sicher war, ob wir alle zusammen leben können. Sie haben jetzt ein neues Haus, mit Zimmern für uns beide. Es wird Zeit, dass wir zu Mama ziehen, wie wir es geplant haben. Ich stand ungläubig da. Konnte das wirklich wahr sein? War das alles nur gespielt? Gott, seufzte sie. Du hast keine Ahnung, wie schwer es war, dir etwas vorzumachen, während Mum alles geregelt hat. Ich flehte, bitte, nein, Bibi. Nicht. Sie ging an mir vorbei, und ich war wie gelähmt. Ich bemühte mich, mich zu bewegen, ihr zu folgen, aber es war, als ob meine Füße am Boden klebten. Dann durchbrach Tavas Stimme die Stille. Du solltest uns einfach gehen lassen. Das ist besser so. Ich hoffe, deine Freundin und ihr Kind waren es wert. Wir hätten so etwas wie eine Beziehung haben können, nachdem wir zu Mum gezogen waren. Aber jetzt? Ich stand immer noch unter Schock, als Melody sich einmischte. Ich denke, das reicht, oder? Tara spottete, wie auch immer. Genieße deine Zeit in diesem kleinen Haus. Ich bin sicher, es ist ein Fortschritt gegenüber dem, wo du hergekommen bist. Die Tür schlug zu, und endlich konnte ich mich bewegen. Ich drehte mich um und sah Melody auf meinem Bett sitzen, die sanft über Lukis Haar strich, während sie schlief. Es tut mir leid. Ich weiß nicht, was ich sagen soll, murmelte ich, als ich das Zimmer betrat. Melody zuckte nur mit den Schultern, eine Träne ran ihr über die Wange. Ich kann nicht glauben, dass sie die ganze Zeit gelogen haben. Ich war nur ein Ersatzmann, bis ihre Mutter sie wegbringen konnte, erklärte ich und setzte mich neben Melody. Sie lehnte ihren Kopf an meine Schulter. Das war anders als alles, was ich je gesehen habe, Bill. Ich kann mir nicht vorstellen, was in ihren Köpfen vor sich geht. Wahrscheinlich willst du jetzt nichts mehr mit mir zu tun haben, seufzte ich. Sie hob ihren Kopf und küsste mich auf die Wange. Nichts, was passiert ist, ändert etwas an meinen Gefühlen für dich. Ich wollte ein gutes Verhältnis zu deinen Töchtern, aber ich gehe nirgendwohin. Der Einfluss ihrer Mutter ist in all dem enthalten. Ich habe sie nicht auf diese Weise erzogen. Ich bin am Boden zerstört. Ich habe sie verloren, beklagte ich mich. Vielleicht hast du das, vielleicht auch nicht. Die Zukunft ist ungewiss, Bill. Schließe die Tür nicht. Eines Tages kommen sie vielleicht zurück, wenn sie erkennen, was sie aufgegeben haben, tröstete sie mich. Ich seufzte tief, denn ich hatte das Gefühl, dass es keine Hoffnung gab, dass sie zurückkommen würden. Drei Tage später teilte mir mein Anwalt mit, dass er in eine Änderung des Sorgerechts beantragen würde. Da die Mädchen bei ihr waren, wollte sie Unterhalt und Sorgerecht. Ich bat meinen Anwalt, sich darum zu kümmern. Zu diesem Zeitpunkt wollte ich keines der Kinder mehr sehen. Melody und ich bauten unsere Beziehung weiter aus. Nach sechs Monaten bekam sie eine Stelle als Verwaltungsassistentin, was ihr Selbstvertrauen erheblich stärkte. Wir lebten zusammen in meinem Haus und planten, in ein paar Monaten in ihrer Heimatstadt zu heiraten. Lucy war ein Energiebündel. Trotz ihrer geringen Größe benahm sie sich manchmal wie ein Teenager. Eines Abends, als Melody und ich gerade das Abendessen kochten, kam Lucy in die Küche geschlendert. Mr. Bill, da ist ein Mädchen, das auf meiner Schaukel schaukelt, sagte Lucy überrascht und lenkte meine Aufmerksamkeit von dem Essen ab, das wir gerade zubereiteten. Ich eilte zur Hintertür, und dort, auf der Schaukel, saß meine Tochter Tara und schaukelte sanft hin und her. Ich war überrumpelt. Es war so lange her, dass ich von einem der beiden gehört hatte, nachdem sie weggegangen waren und mir dabei das Herz zerrissen hatten. Melodies Hand ruhte auf meiner Schulter. Geh zu ihr, Bill. Irgendetwas scheint nicht zu stimmen. Eine Welle der Wut durchströmte mich wie ein Blitz. Die Vorstellung, dass jemand einer meiner Töchter etwas angetan haben könnte, war unerträglich. Die Schiebetür öffnete sich mit einem lauten Geräusch. Tara stand mit dem Rücken zu uns und versuchte zu fliehen, als sie das Geräusch hörte. Tara, warte, rief ich. Sie ignorierte mich und eilte davon. Als ich vor dem Haus ankam, brauste ihr Auto bereits die Straße hinunter. Ich spürte, wie Lucy meine Hand nahm und fragte, war das deine gemeine Tochter? Ich hob sie hoch und antwortete, sie waren nicht immer böse, Lucy. Früher waren sie genauso lieb wie du. Melody erkundigte sich, was war das denn? Ich weiß es nicht, Schatz. Aber irgendetwas scheint nicht zu stimmen und ich muss mir das ansehen. Ich verabschiedete mich von ihnen mit einem Kuss und fuhr quer durch die Stadt zum Haus meiner Ex-Frau. Während der Fahrt schoss mein Adrenalinspiegel in die Höhe und die Wut stieg mir wie Galle in die Kiele. Wenn ich wirklich rot sehen könnte, wäre ich davon geblendet worden. Ich hielt quietschend vor ihrem großzügigen Haus in der gehobenen Nachbarschaft an. Taras Auto stand in der Einfahrt und die Haustür war weit geöffnet. Als ich mich der Tür näherte, hörte ich von drinnen Schreie. Ich betrat das Haus und sah Maria weinend auf der Couch sitzen, während meine Ex-Frau Tara anschrie. Der Trottel, mit dem sie zusammen war, war nirgends zu sehen. Hör auf zu lügen, du verzogene Göhre, bellte meine Ex-Frau, als ich hereinkam. Maria entdeckte mich und eilte herbei. Daddy! Sie umarmte mich fest und ich hatte Mühe, die Umarmung zu erwidern. Tara rannte in ihr Zimmer und Erin starrte mich an. Was zum Teufel machst du hier, Bill, spuckte sie mit zusammengekniffenen, wütenden Augen. Ich will wissen, was mit meinen Mädchen los ist. Oh! Sind sie jetzt deine Mädchen? Monatelang kein Wort und plötzlich willst du wieder Daddy spielen. Du kannst mich mal, Müllmann. Ich hielt Maria auf armes Länge und packte sie an den Schultern. Was ist denn los, Maria? Nichts, brüllte Erin. Geh zurück zu deinem Flittchen und lass mich mit meinen Töchtern fertig werden. Tara kam die Treppe hinunter, umklammerte ihr Handy und sah verängstigt aus. Maria sagte zu Tara, zeig es ihm. Sie reichte mir das Telefon mit einem abspielbereiten Video. Ich war fassungslos, als ich den unwiderlegbaren Beweis sah, dass Jason sie ausspioniert hatte. Wut schoss durch meine Muskeln, jede Faser spannte sich an. Ich gab das Telefon an Tara zurück und richtete meinen Blick auf Erin. Das ist alles ein unschuldiges Versehen, Bill. Sie überreagiert, beharrte Erin. Dumpfbacke, wie oft hat er es getan, bevor du ihn aufgenommen hast, fragte ich und versuchte, meinen Thronfall beizubehalten. Dreimal, schluchzte sie. Erin erwiderte, hör auf zu lügen. Ich öffnete meine Arme und Tara stürzte sich weinend an meine Brust. Mädels, sagte ich so ruhig wie möglich, geht und packt eine Tasche. Ihr kommt mit mir nach Hause. Zu meiner Überraschung stürmten sie die Treppe hinauf. Ich konnte nur hoffen, dass sie meine Anweisungen befolgten. Ich konnte meine Töchter nicht bei diesem Raubtier lassen. Ich starrte Erin mit einem harten Blick an. Ich nehme an, Tara hat dir davon erzählt, und du hast ihr nicht geglaubt. Deshalb hat sie angefangen, ihre Duschen aufzuzeichnen. Das ist nur ein Missverständnis. Er dachte, ich wäre es in der Dusche. Warst du zu Hause, als sie das Video aufgenommen hat? Sie senkte ihren Blick, dann hob sie ihn trotzig. Ja. Bevor ich antworten konnte, kam der Trottel durch die Tür. Nun, der Müllmann kam einen Tag früher. Ich wirbelte herum und versetzte ihm einen Schlag direkt auf die Nase. Alles, was ich in der letzten halben Stunde an Wut empfunden hatte, entlud sich in diesem Schlag. Er sackte auf den Boden, und Blut befleckte den Beigenteppich. Ich rufe die Polizei, kreischte Erin. Du hast den größten Fehler deines Lebens gemacht, du Mist-Curl. Ich lächelte sie an, hob meine Augenbrauen und nickte zustimmend. Sie verstand sofort, warf einen Blick auf den sich am Boden wendenden Idioten und beendete das Gespräch. Was? Du willst nicht, dass die Polizei kommt, Erin? Warum nicht, forderte ich sie heraus. Geh einfach, flüsterte sie fast. Ich drehte mich um und beobachtete, wie Ellen langsam auf die Beine kam, das Blut tropfte in Strömen. Er machte einen Schritt auf mich zu und versuchte, den Blutfluss mit seinem Hemd zu stoppen. Einen kurzen Moment lang dachte ich darüber nach, wie hart Justin Tucker den Ball für den NFL-Rekord kicken musste, aber dann ließ ich mich darauf ein. Als die Spitze meines Fußes seine Leiste traf, hob er tatsächlich vom Boden ab. Die Mischung aus Schock und Schmerz in seinem Gesicht war ein beeindruckender Anblick. Ich wünschte, ich hätte eine Kamera, um diesen Moment festzuhalten. Das wäre ein tolles Bild für den Kaminsims geworden. Erin schrie und eilte zu ihm. Meine Töchter tauchten hinter mir auf und hielten meine Arme fest. Bring uns nach Hause, Daddy, bat Tara. Erin wirbelte herum, ihre Worte waren von Endgültigkeit geprägt. Wenn du mit ihm gehst, brauchst du nicht mehr zurückzukommen. Das war's. Taras Augen blühten vor Wut, und sie gab Erin eine Ohrfeige. Auf Wiedersehen, Mutter. Während wir fuhren, fragte ich, hat er einem von euch je etwas angetan? Nein, sagten sie im Chor. Maria, hat er euch jemals erwischt? Ja, gab sie zu, den Kopf tief in den Rückspiegel gesenkt. Warum hast du die Tür nicht verriegelt, bohrte ich nach. Das Schloss ist kaputt, und die einzige andere Dusche ist in ihrem Schlafzimmer. Wir dürfen sie nicht benutzen. Warum bist du zu Hause vor mir weggelaufen, Tara? Ich wollte so sehr deine Hilfe, aber nach dem, was wir dir angetan haben, konnte ich dich nicht darum bitten, schluchzte sie. Ihre Worte kamen stotternd heraus, Tränen vermischten sich mit ihren Worten. Ich konnte nicht, ich dachte, ihr würdet Nein sagen, und ich wäre auf mich allein gestellt. Eine Träne kullerte mir über die Wange. Wie konnte es nur so schlimm werden, dass sie glaubte, ich würde sie in einem solchen Moment abweisen? Ich werde dir immer helfen, egal, was passiert. Ihr zwei werdet immer meine Mädchen sein, habt ihr das verstanden? Ich bekräftigte das. Maria fügte hinzu, aber du hast jetzt dieses kleine Mädchen. Du kannst nicht. Lucy hat dich in meinem Herzen nicht ersetzt. Sie ist ein Teil davon, aber sie wird niemals deinen Platz einnehmen. Niemals. An diesem Abend flossen viele Tränen. Melody empfing sie mit offenen Armen, und sie gingen direkt hinein. Der Schmerz wurde an diesem Abend nicht ausgelöscht, aber es war der Beginn der Heilung. Letztendlich bekam ich meine Mädchen zurück. Epilog Als Ellen am nächsten Tag das Krankenhaus verließ, wartete die örtliche Polizei bereits auf ihn. Tara hatte zunächst gezögert, die Behörden einzuschalten, aber mit unserer Unterstützung fand sie den Mut, der Polizei das Video zu zeigen. Zusammen mit Marias Anschuldigungen und den Beweisen von Ehrensbank, die zeigten, dass sie während des Videos auf der Arbeit war, war das das Ende für Ellen. In unserem Staat ist Voyeurismus ein Vergehen mit einer Höchststrafe von sechs Monaten, wenn der Vorsatz nachgewiesen wird. Da Maria aber unter 16 und Ellen über 21 war, drohten ihm im Falle einer Verurteilung bis zu zehn Jahre und die Registrierung als Sexualstraftäter. Das von Tara zur Verfügung gestellte Video war ein entscheidendes Beweismittel, das aufgrund einiger rechtlicher Schlupflüche zugelassen werden konnte, da sie Opfer einer wiederholten Straftat waren. Er erhielt eine zehnjährige Haftstrafe für Maria und sechs Monate für Tara. Ehren erschien nicht zur Verhandlung, und die Mädchen sahen sie fast ein Jahrzehnt lang nicht. Maria war die erste, die heiratete. Als wir für die Fotos den Kirchengang entlang schlenderten, saß Ehren allein am Ende der Kirche. Sie fanden wieder zueinander, aber jeder Anschein einer familiären Beziehung war verschwunden. Als sie merkten, dass ihre leibliche Mutter ihre eigenen Interessen über ihre eigenen stellte, begannen sie, Melody, Mama, zu nennen. Es ist bedauerlich, aber wenn man Probleme in einen Wirbelsturm wirft, werden sie zwangsläufig zurückgeworfen. Vielen Dank. Untertitelung des ZDF, 2020